Hoch! Hoch mit dir! Ich sag dir, steh auf! Geh! Mach's gut! Geh! Oh! 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 Ach! Ach! Okay, genauso. Gut gemacht. Ja, ja, rechst du hoch. Gleich ziehen. Hallo, Corner. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hm? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Hatham sorgten dafür. Wir waren das direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Das ist genug. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist arm. Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzsack und sonst nichts. Brüder. Schwestern. Treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat. Seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal. Zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn barren und anpflegen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Gra. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Hab ihn im Visier! Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Hatham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Und sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Ich habe nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein.